Okay, äh, unser neues größtes Problem, meine Damen und Herren. So, achten Sie mal mit Lisswit beschäftigen. Tribüne! Klingt spannend, muss ich schon mal auf, ich trink mal von mir im Käffchen. Ich glaube, bei mir ziehen welche um. So ein Krach, wie das hier macht. Licht. Und, äh, hier. Ich glaube, das sollten wir doppelt wirken, oder? Hätten wir auch reinzugehen können. Ich gebe mir Mühe, kuriose, aber vielen Dank für den Hinweis. Du Penner. Oh. Ah. Ah. Oh, wow, wow, wow. Hallo, Hundi. Ah. Ey, geh weg. Ektoplasma. Was brauche ich denn dieses Ektoplasma? Wer weiß das denn? Droga! Gold. Oh, es ist so ruhig auf einmal. Ist das jetzt auch ein Bug? Oder muss das so sein? Droga. Gold. Ja, gib's mir. Ah. Ah, Mami. Ah, ähm... Nein, falscher Knopf. Ah, da... Ah, da... Ah, da... Ah, da... Ah, da... Komm her. So. Ah. Ah. Okay. So, ich... So, gold. Komme mir wenig historicotische... ähm, 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 ähm. So, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich mal diesen... ähm, diesen, diesen Bogen... wollte ich eigentlich mal... Hä? Was? What the fuck? Was war das denn? Fiegt euch! Ihr Penner! Ah, ja, 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 meine Fresse! Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah, Mami! Ach, Gott! Ah, hier geht's echt zu. Nein! Ah, das war falsch, gebe ich zu. So. Ah, was soll das denn immer? Hey, hör auf jetzt! Trittsvieh! Oh, guck mal! Meine Güte! Ah, ich hab' schon gedacht, da können wir kräftig in die Heilungskillen. Ah, alter Verwalter! Wunder, wenn wir hier zu nix kommen. So, Moment. Geh' mal in die Rucke hier. Ah! Ah! So, komm, ich nehm' die mal schnell. Ah! Ah, bevor uns die wieder hier. Was ist das denn jetzt? Geh' mal weg! Da le- Ja, da liegt gar nix. Okay, pass auf. Langsam. Pssch. 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 Ah, guck mal. Halt still, du Penner. Verdammt, falscher Knopf. Ah! Verdammt! Hat der uns noch nicht gesehen? Was bist denn du für einer? Entdeckt. Au! Danke! Echt sehr nett. Doch, wirklich? Ha, ha, ha! Ja, guck, der ist streng, du. Wenn du immer auf den Sack gehst. So, aber sag auf, ich komm' dir mal runter. Ey, wo bist du hin? Uh, Pisser. Ach ja, ist doch langweilig mit dir. Ach so, jetzt haben wir wieder keinen... Oh, da oben ist auch noch einer. Moment, kommt da noch was? Nee. Koloso, schaffst du den? Oh ja, okay. Hat sie erledigt. Ah, der treibt da. Äh, Gold. Ja, damit. So, pass auf, jetzt gehen wir hier wieder raus. Ah, ist echt so dunkel. Ich seh' gar nichts. So, nur, aber. Ah, ist das denn mit der Magikai? Das geht mir nicht auf den Sack. So, ich guck mal, ob wir noch irgendeinen Zobertrank hier haben. Äh, hundertrunde Störungen des Ausdauerflüchtigen und die geringe Ausdauerflüchtigen und die geringe Ausdauerflüchtigen und die blablablablablablablablablablabla. kräftigen Magiker. Ah, so. Okay. F5, cool, safe. Ich nehme an, ihr wollt aus diesen Ruinen jeden einzelnen Wertgegenstand mitnehmen. Hm. Oh, was ist das? Adept. Hahaha. Yeah. Oh, Moment. Was war's? So, hallo. Gewetzter, alter, nur zwei Hände, der sänge den Hitze. Alles klar. Hm. Brauch ich nicht, alter. Auch wenn der richtig was wert ist, den brauche ich nicht. Guck mal, wie schwer der ist. 21. Nee, alter, den brauche ich... Moment. Sänge den Hitze, kann ich den vielleicht entzaubern? Ja, weißt du was? Hola, caramba. Traugehelm der Unverbrannten. Das nehmen wir auch mal mit. So, jetzt können wir wieder nicht mehr... Moment. Dann müssen wir mal gucken. Waffen. Ich guck erstmal das Ding hier an. So, steckt das Ziel für 18 Schadenspunkte. Brandbrennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Alles klar, sehr schön. So, na, gucken wir uns doch deinen Helm mal an. Wo ist denn dieser Helm? Ähm, steigert Feuerresistenz um 40 Prozent. Hm. Kuriosor, komm mal her, sind euch heut, mein Freund. Ja. So, dass das Krieg der Kuriosor... Und kein Pack-Esel. Na schön, aber nicht das schnell. Ja, alles wie immer. Äh... Was hat denn da alles noch mit hier dabei? Ähm, okay, sowas auf. Ähm, ja, Bekleidung, so. Und dann kriegst du diesen Helm hier. Goldene Kupfer. Wo war das denn jetzt? Hallo? Wo war das? Was? Da haben wir's. Traugerhelm. So, bitte sehr. Ach, es ist immer das Gleiche. Ich weiß. So. Ich weiß, jetzt haben wir unser kleines Krönchen wieder nicht mehr auf. Jetzt haben wir wieder sehr schön gemacht. Ich bin begeistert. Wo ist diese Dreckskrone jetzt? Alter, ich kriege hier echt einen Krampf. Da haben wir's doch. Magier der dem. So. Ähm, äh, und die Waffen, dieses, äh, schwere Ding, das kann er auch haben. Wo ist es? Ja. Arr! So. Bitte sehr. Setz dich gleich auf, oder was? Alles klar. Dann mal los. Dann mal los. Ah, das sieht aber cool aus, so. Meine Fresse, Kuriose. Ey, du bist ja echt noch richtig stylisch hier. Äh, voll im Trend, Kuriose. So. Pass auf. Jetzt hier rein. Tür auf. Äh, ich geh mal auf Seite. Cool, safe. Ja, wir haben schon wieder keinen Magierker mehr. Das ist echt so die Kretze. Jetzt mal ohne Scheiß. Was? Feind? Es wird gesungen. Alter. Nee, ist klar. Ja, jetzt stehst du auf, ne? Na toll, echt super. Traugerwurst. Hallo, lieber Traugerwurst. Doch, echt. Ich hab Spaß, ja? Moment. Okay, äh... Unser neues größtes Problem, meine Damen und Herren. So. Ich kann mich mal mit Lesbitt beschäftigen. Oh Gott. Ach du meine Güte. Wo ist er denn? Hier. Servus. Ist er. Ha, 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 ha. Komm her. Wo ist er hin? Wo bist du denn geflogen? Ey, servus. Kollege. Kannst du auch nichts, oder? Hab ich schon gesehen. Er kann doch nichts. So kannst du auch nichts. Pissar. Trauger Todesfürst. Amnestist. Ähm, ja. Okay. Ja, den haben wir ja alles. Ach so, der Hundi noch. Ja, das macht Lesbitt. Hallo, Hundi. Ektoplasma. Hallo, Hundi. So, okay. Ja, war ja einfach, oder? So, jetzt kriege ich hier was gelandet, ne? Hm. 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 Dauert es noch lange? Hallo. Komm. Ja, damit jetzt. What? Der macht gelandet. Zeit, Zeit verlangsamen. Ey, ja. Coole Sache, das. Zeit verlangsamen. Klingt auch cool. So eine Art Quick-Time-Action haben wir jetzt. WeShell. Jetzt. Und dann. Dann. 'm, bimqui концерт. dort ist,見ientras nicht wirklich? mal conscious ist, die handling ist nicht.